Paulina und Tommi. Eine ganz spezielle Liebesgeschichte. Die wichtigste Frage vorab. Seid ihr ein Paar? Du musst nicht darauf warten, dass ich das jetzt beantworte. Okay, es kommt keine Antwort. Nein, 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 ich meine, das ist... Achso, das ist Tommis Entscheidung. Ich muss ja nicht, nein, aber ich muss ja nicht immer auf alles anfangen. Ja, wir sind ein Paar jetzt. Tommi, du hast tausendmal gesagt, du willst keine feste Freundin. Was ist Paulina denn jetzt für dich? Eine feste Freundin. Eine feste Freundin. Ja.